Hallo und herzlich willkommen zurück zu Batman. Wer hat denn jetzt Service? Hochschärztzone. Ok. Lauf doch langsam. Tempel-Legos. Da 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 da. Wenn du glaubst du findest diese Waffe? Der Knight kennt diese Stadt weit besser als du. Er versteht es, dich zu verstecken. Ein Kürbisch! Na gut. Dann wollen wir mal hier ein bisschen weiter die bösen Buben bauen. So. Ja. Ist fertig. Du 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 du. Den können nicht machen habe ich festgestellt. Der komme ich auch noch nicht hin. Da habe ich noch nichts weiter gesehen. Da wurde ich auf eine Information. Jo. da gibt es nur noch welche dort also bin ich hier eigentlich soweit ja ihr seht auch wie wir ihn verfolgen zack wenn wir soo ok genau ist geschaltet haben wir hier irgendwas hübsches auf der karte wo können wir jetzt eigentlich hin also ich glaube ich werde am ende bevor ich hier durch bin werde ich mal so einen run machen und den rest mir holen so naja dann fahren wir erstmal dahin wenn der Riddler was sagt kann man ihn wenigstens ausblenden aber bei Scarecrow kriege ich eine Gänsehaut das ist das was ich das ist ein sauerhaufen wir brauchen den Joker zurück der würde hier verordnen umsorgen das geht nach uns platt willst du das ach ja schon Lucius öffne die Einfahrt zum Parkplatz ich war der Meinung sie wären bereits hier Mr. Wayne wohl ein Systemaussetzer ich lasse das gleich überprüfen was das ist das komm der Mr. Wayne, ungebetene Gäste haben sich Zugang zum Gebäude verschafft. Nicht mehr, Mann. Er setzt uns schwer zu. Hab ihn! Drohne zerstört! Direkt der Treffer bei einer Reddler! Neu, Mann. Einige Drohnen haben sich runtergefahren. Er setzt ein Gegenweg, ein Zahn schießt. Alles ist Lippe, Neustart! Einhalt am Wayne Tower zerstört! Das scheint der letzte gewesen zu sein, Mr. Wayne. Ihr Upgrade steht zur Abholung bereit. Ich rüste das Badmobil mit dem neuesten bodendurchdringenden Sonar aus, Mr. Wayne. Senden Sie einfach einen Sonarimpuls nach unten, dann kann der Bordcomputer ein Scanbild erstellen. Und ja, es ist empfindlich genug, um schon lange tote Pflanzenwurzeln aufzuspüren, falls sie dort zu finden sind. Cool! Luscious, es dürfen keine Drohnen mehr reinkommen. Riegeln Sie das Gebäude ab und übertragen Sie die Fernproduktion an Alfred. So gut wie erledigt, Mr. Wayne. Viel Erfolg! Anheben! Master Bruce, ich fürchte, diese Drohnenwandel anfangen. Ich sehe eine signifikante Truppenbewegung von Fahrzeugen von Vandos Island in den Norden und Süden der Stadt. Der Arkenneid will die Schlinge zuziehen. Ich bin vorbereitet, Alfred. Sehr wohl, Sir. Ivy, ich habe einen Weg gefunden, das Wurzelsystem unterkommen. Folge den Wurzeln. Sie werden dich zum Ziel führen. Sie ist nicht tot, nur vergessen. Ich kann sie zurückbringen. Sie entfernt dich. Dreh um. Batman hat der Rettner zerstört. Es wird schwächer. Du entfernst dich anscheinend. Ich kann sie spüren, Batman. Droneneinheit am Rettner-Fährhafen zerstört. Ich kann sie wachsen lassen, Batman. Aber du musst sie aufwecken. Ich höre sie. Sie weint. Sie ist gefangen. Was für ein Monster, ey. Ob das denn eine gute Idee ist? Sie greifen meine Pflanze an. Beschütze sie. Sie ist weiter. Erledigt sie. Ja, Sir. Regelt die Gegner. Mit dann kommt das Dach. Ich kann ihre Rinde härter als Stahl machen. Aber ich brauche Zeit. Ich werde sie beschützen. Ich werde sie beschützen. Das wird weh tun. Das wird weh tun. Zu. Ich brauche mehr Zeit. Noch jemand. Nicht mehr lange. Ich werde dafür sorgen, dass du schiebendst! 39er Combo, wa? Proximal Combo 40, schön! Geschafft! Sie ist ausgewachsen. Jetzt sollte sie stark genug sein, um das Toxin zu neutralisieren. Hoffentlich müssen wir das nicht rausfinden. Bleib in den Gärten, Ivy. Ich melde mich, wenn sich etwas tut. Alfred, sag mir, du hast den Cloudburst gefunden. Ich wünschte, das könnte ich, aber ich stoße hier auf zahlreiche Interferenzen. Sicher eine bewusste Maßnahme, um ihr Vorgehen zu verschleiern. Mach eine komplette Analyse der Truppen des Arkham Knight. Natürlich, Sir. Aber das braucht Zeit. Lade die Daten auf den Bad Computer im Filmstudio hoch, wenn du fertig bist. Ja, Sir. In der Zwischenzeit gilt es noch in mehreren offenen Fällen zu ermitteln. So, wer verlässt den Panzer weg? Cash, das neue Drohnen-Kontingent auf Miyagani Island ist zerstört. Sagen Sie Ihren Leuten, dass es sicher ist. Gute Arbeit, Batman! Danke. Das ist auch gut. Was machen wir nur? Was machen wir nur? Ich bin auf dem Weg nach Riker Heights. Einer der Feuerwehrleute schwebt in Gefahr. Gehen wir mal den Feuerwehrmann zu retten? Verflucht! Wer ist das? Keine Sorge! Er kriegt mich gleich weg von mir! Richtig! Was sind die Panzer in Gefahr? Ich muss doch mal die Panzer wegschrauben. Verrückt mich hier! Wir werden die Panzer wegschrauben. Was nicht hier? Wir werden die Panzer wegschrauben. Keine Chance! Auf der Fall! Los geht's! Los geht's! Los geht's! Und dann geht es weiter. Ha, bret mal. Batman hat eine Schöpfen-Drone getroffen. Oh scheiße. Das ist Batman! Bring uns hier raus! Zentrale, hier folgen 4. Wir befinden uns über dem Leuchtturm im Norden von Founders Island. Bewaffnete Randalierer haben eine Geisel genommen. Kommt! Batman ist ein Batman! Oh scheiße, die Leute mit Strommel. Oh scheiße, die Leute mit Strommel. Das könnt ihr besser! Aber geschafft! Ach, mit diesem Stromgedönse. Die versorgen mir alles. Somit haben wir wieder ein Checkpoint zerstört. Das heißt, wieder ein Erfahrungspunkt. Neugruppieren und wachsam bleiben! Batman ist auf dem Weg! Oh, ist ja schon geschluckt, ja. Da. Ich bin auf dem Weg nach Riker Heights. Einer der Feuerwehrleute schwebt in Gefahr. Mit einem Weg nach Riker auch. Sie sind auf dem Weg nach Riker. Achtung! Geflittert! Genau, das ist so ein Samton. Schlipp auf! Ach, die kleine Feder muss ab und vor mir! Geh weg, bin ich fertig Geh weg, bin noch nicht fertig Jetzt bin ich fertig Geh weg, bin noch fertig Geh weg, bin noch fertig Oh, wie fertig mit dem? Jetzt bin ich fertig mit dem Jetzt bin ich fertig mit dem So Leute, jetzt könnt ihr kommen Ich hau dir die Zähne aus dem Hau Geh weg, bin noch fertig Geh weg, bin noch fertig Geh weg, bin noch fertig Geh weg, bin noch Komm mal mit, ich will dir mal was zeigen, komm Du wirst sterben, Batman! Ja, ich komm ja schon, ich muss dir erstmal gegen die Wand laufen lassen, das war cool Hallo! Na komm Alles ist gut, ja, schön stehen bleiben Poli was? Firefly, er ist hier der Schuldige Dieser Freak, wie lange hat er sich nicht mehr in Gotham gezeigt? Zehn Jahre? Ich sag dir, jemand muss das Asylum wieder eröffnen Er ist zurück, warten sie hier, jemand wird sie abholen und aufs Revier bringen So, hätten wir ja Da 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 So die Tussl, von uns im Radio, bzw. im Funk hat gesagt, der Leuchtturm. Der Leuchtturm ist doch das gewesen, oder? War doch das, stimmt schon. Könnte noch ein Leuchtturm sein. Kann sich eigentlich wohin weg. Na gut, suchen wir uns noch eine neue Mission aus. Haben wir nicht, haben wir nicht. Ich würde sagen, springen wir mal wieder durch die Stadt und suchen noch ein paar... ...Türme machen die halt Blatt. Fertig. Hm. Die Nacht ist noch jung und schon geht sich Scarecrow und der Neid an die Gurgel. Weswegen? Dasselbe wie immer. Wann genau der Neid wird, wenn wir nun bringen sollen? Was ist mit der Geisel passiert? Dieser Frau, die sich für Batman um die Technik gekümmert hat. Was ist das? Hm. 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 Was ist hier denn? Hm. Hm. Wie komme ich denn da rein? Maybe auf. , oder. Die fürand面 먼저 kommt rein. Glock noch ins Schrie descrege 3és. Die fürand die Gelenke des Sh breeches. Dasselbe. header mal. Nee, wir haben es noch nicht gehabt, komm her Bleibt da stehen Mist Das wirst du wohl kaum enträtseln können Fliegen wir ja einfach so durch die Staten, vielleicht finden wir da noch was an Gusionen Verdammt richtig, ich will endlich mal unser Training an Batman ausprobieren Badmans Munition wird bei diesen Teilen auch nicht mal den Lack zerkratzen, er ist geliefert Hm Badman hat keine echten Flügel zuvor Nein Nein Ah, ich drücke mal die Was ist das denn? Ich könnte die doch wieder aufheben Ich bin nicht drin Ah Aber Eigens die Die Tropa hier stehen nee kann das sie sollen keine befehle von jemandem mit einem unter 150 befolgen so war doch gar nicht so schwer Batman ist nicht wirklich eine Fledermaus oder? ich hab ihn nämlich vor kurzem gesehen und er sah echt aus wie eine riesige Fledermaus wenn es hart auf hart kommt was ich nicht hoffe auf wen hören wir dann? Scarecrow oder den Neid? Scarecrow ist einfach nur ein Kunde, das ist einfach nur ein Job, wir halten uns an den Neid wenn ihr die Miliz zusammenhält dann ja, das wird er die Armee hat uns wie Dreck behandelt, aber der Neid der versteht Männer wie uns er kümmert sich um uns ach so ich sehe ihn jetzt machen ohne Zeit zu sterben Lammeln Lammeln benötigen Panzer hm sehste ich muss jetzt eigentlich die Story weiterspielen bis ich auf der Insel bin, wa? anders komme ich hier nie wirklich weiter das ist doch kacke er hat sie total vermöbelt ich hab das Video gesehen der Neid meinte Batman schaltet seine Gegner sauber aus aber das, das war brutal was erwartest du, er war Scarecrow's Angstzeug ausgesetzt nimm mich altmodisch aber wenn du jemanden an der Droge aussetzt sollte ihn das weniger gefährlich machen soo, wo könnte denn der Leuchtturm gewesen sein, wisstest man ja noch? häh? Alvi macht mir keine Angst Meta-humane Fähigkeiten? Na, der Kugel im Kopf sollte das erledigen ja er staucht deine Armee aus Gangstern auf dann wachsen Riesenpflanzen aus dem Boden ich dachte wir hätten heute leichtes Spiel mit Gotham hm der Fähigkeiten aus clever jetzt, ich glaube langsam fliegt auf die neue Insel ja dann tut's mir leid Leute, dass ich euch in dieser Folge nicht allzu viel zeigen konnte und in der nächsten Folge werden wir uns dann doch der Hauptfolge widmen da ist hier anscheinend nicht allzu viel mehr auf den normalen also auf den ersten beiden zu tun gibt weil ich vermute mal, dass der Rest alles verdrücken ist teilweise 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 Spiel und ich deswegen hier jetzt nicht mehr so viel finde ja und so ein Special für Dings wollte ich mal eigentlich noch erfüllen das wollte ich also so ein Riddler Special wo ich die ganzen Dinger einsammel wollte ich mal eigentlich noch ein bisschen erfüllen deswegen werden wir in der nächsten Folge einfach die Hauptsache überladen müssen um da ein bisschen voranzukommen also lasst gerne einen Kommentar da über ein Deutsch würde ich mich freuen und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal